hallo liebe modellbord freunde ein how to video kommt wie wird es gemacht das video mit der panzerlackierung mit patafix kam ja sehr gut an ebenso wie das vorstellungsvideo über die hatacker farben und dementsprechend habe ich mir gedacht ich werde jetzt mal ein flugzeug lackieren eine f16a von der firma rase gaba ein standard bausatz ein schon etwas älterer bausatz mit bescheidenen details sagen wir es mal so also für einen anfänger ist dieses flugzeug sehr gut geeignet es hat die normalen details versenkte gravuren et cetera und da habe ich mir gedacht ich werde dann mal mit den hatacker orange line farben dieses flugzeug in einer standard lackierung machen ohne grundierung und dass das relativ einfach ist mit der airbrush zeige ich euch in diesem video also viel spaß jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen dass alle bereiche die keine farbe bekommen sollen auch abgeklebt werden das wird hier im cockpit bereich der fall sein wir fangen erst mit den glasteilen an vorne und hinten hier unten dieser rand bekommt natürlich farbe also müssen wir den rest abkleben genauso wie auf der unterseite der lufteinlass das buchfahrwerk und die teile vom hauptfahrwerk produktionsbedingt war natürlich ein dicker fetter grad oben auf der kanzel den ich weggeschliffen habe und anschließend noch einmal poliert hatte zum maskieren nutze ich das maskierte von tamir weil ich das sehr gut finde es hat nicht so eine starke klebekraft wie zb hier das grüne das ist von einer anderen firma und es hat natürlich eine wesentlich stärkere klebekraft was ich eventuell nachteilig auf die farbe nachher ausüben kann die vorgehensweise ist ganz einfach wir nehmen einfach ein etwas längeres stück tape reißen es ab und kleben es dann auf die kontur vom klarsichtteil wir haben nämlich hier eine ganz feine kontur und da können wir dann das klebeband aufkleben und können ganz ganz knapp am rand lang gehen das bedarf ein bisschen übung aber das habt ihr bald raus ich habe auch ein bisschen länger gebraucht bis es wirklich so funktioniert hat wie ich es brauchte falls das tape noch nicht ganz an der kontur anliegt können wir es dann mit der klinge von unserem bastelmesser noch nachträglich ein bisschen ran oder weg schieben das bastelmesser brauchen wir natürlich auch um überstehen das material abzuschneiden benutzt hierzu bitte eine neue und sehr scharfe klinge denn die eine sich am besten dafür einfach aufdrücken ein bisschen an der kontur lang gehen und schon könnt ihr dann das überschüssige tape abziehen ich habe schon mal was vorbereitet damit es nicht so lange dauert das klebeband wurde genau entlang der erhabenen linie vom klarsichtteil geklebt damit auch ein scharfer rand entsteht jetzt muss nur noch die mitte ausgefüllt werden und die ränder müssen bearbeitet werden mit dem scharfen skalpel kommen wir nun zur bearbeitung der bereiche die keine farbe braucht ich benutze dazu das ultra das ist eine flüssige maske auf silikon basis wie der name schon sagt sie flüssig maske flüssig und sehr gut mit einem pinsel zu bearbeiten was bei anderen firmen leider manchmal nicht der fall ist da es zu dick flüssig ist wie ihr seht ist das jetzt der bereich der die farbe bekommt und der rest wird vom klebeband geschützt wir müssen jetzt allerdings noch die cockpit haube einkleben wir müssen uns überlegen wollen wir die cockpit haube offen oder geschlossen darstellen in meinem fall wird sie geöffnet dargestellt natürlich müssen wir das cockpit innen vor farbe schützen also klebe ich trotzdem die kanzel ein hierzu verwende ich das liquid mask wo ich dann punktuell an einigen stellen das zeug auftragen damit ich später die kanzel wunderbar wieder abnehmen kann jetzt überprüfen wir ob wir genug material aufgetragen haben damit die kanzel auch wunderbar klippt das ist wichtig denn hier in diesem fall habe ich zu wenig von dem liquid mask aufgetragen und hätte dann eventuell das problem dass die kanzel beim lackieren abfallen würde also kann sie wieder runter und noch ein bisschen mehr material auftragen schauen wir mal wie es jetzt aussieht jetzt passt es natürlich wesentlich besser da mehr material aufgetragen wurde jetzt kann uns nichts mehr passieren überschüssiges material was dann eventuell noch aus der naht rausquillt wird einfach dann mit dem finger abgewischt kommen wir nun zum eigentlichen maskiervorgang ich benutze dafür einen kleinen alten pinsel und wir fangen zuerst an den rändern an damit wir auch keine lücke zwischen klebeband und maskiermasse lassen und dann wird einfach der rand fertig gemacht und bei diesem kleinen teil wird gleich natürlich alles ausgefüllt bei dem großen cockpit teil fange ich immer zuerst am rand an und gehe dann langsam in die mitte rein manchmal hat man auch das problem wenn der rand vorher getrocknet ist dass man dann mit dem pinsel eventuell getrocknetes material wieder abziehen kann das hatte ich bei diesem produkt allerdings nicht gehabt bei alten produkten von anderen firmen hatte ich dieses phänomen schon gehabt da bin ich dann über eine trockene stelle rüber gegangen und habe natürlich mit dem frischen material und dem pinsel das fertig getrocknete schon abgezogen zum reinigen des pinsels benutze ich dafür aceton das habe ich in einem kleinen glasbehälter was ich immer wieder benutzen kann meistens ist nämlich das material so stark am pinsel verklebt dass man dann den pinsel wegschmeißen muss hier brauchen wir einfach nur ein kleines bisschen den pinsel in das aceton zu halten ein bisschen zu drehen bis dann die silikonmasse von alleine abfällt nehmen wir uns nun den bemalplan der bauanleitung zur hand und stellen fest dass natürlich dieser plan sehr alt ist und natürlich nicht die nummern von hat hat da müssen wir dann schauen was am besten dazu passt anhand von referenzbildern und die farbangaben von der firma hat hat ich habe jetzt hier die farben aus dem luftwaffe set für deutsche flugzeuge genommen weil eigentlich diese grautöne mit am besten geeignet sind für diese f 16 beginnen tun wir einfach dann später mit dem ersten anstrich und da nehme ich die 10 0 37 das light ghost grey für unten wichtig ist natürlich dass wir warten bis alles fertig getrocknet ist von der maskierung und dass wir auch den fahrwerks bereich auch noch mal maskieren ich habe hier solche verpackungs flex genommen wie man in vielen paketen mit drin hat und habe dann die fahrwerks beine noch mal mit tape abgeteilt und dann habe ich die restlichen sachen mit diesem sok stop zugemacht das ist auch eine art silikon das kann man eigentlich auch zu maskieren nehmen aber das zeug ist sehr fest was eigentlich nur für socken genommen wird so als an die rutschfläche und für dieses vorhaben eignet sich das sehr gut überschüssiges material kann man dann mit dem besser abschneiden und einfach entfernen wie gesagt für so eine maskierung ist das zeug gut für eine farbmaskierung ist es weniger geeignet warum dazu komme ich später noch mal dasselbe prinzip verwenden wir auch beim lufteinlauf wie wir das beim hauptfahrwerk gemacht haben um das modell beim lackieren nicht anzufassen habe ich mir eine kleine halterung gebaut aus einer alten klebeflasche und am deckel habe ich dann etwas klebeband umgewickelt dass es genau hinten in die aufnahme der schub düse passt und so können wir das modell sicher festhalten beim lackieren und braucht auch nicht irgendwo mit den fingern drauf zu kommen was sehr wichtig ist bei zum verdünnen nehme ich den liebligen thinner von mr color aber auch die verdünnung von hataka ist dazu bestens geeignet zum sauber machen benutze ich den mr tool cleaner denn für lackfarben gibt es nichts besseres um die erbrust damit sauber zu bekommen ein gefäß zu mischen der farben nehmen wir auch ich benutze dafür solche schnapps gläser aus dem 1 euro shop dafür sind sie auch super geeignet ich möchte an dieser stelle auch noch mal anmerken dass die farben natürlich nicht ganz geruchlos sind also schützt bitte eure atemwege zum mischen der farben benutzen wir noch einen pinsel und wir brauchen noch gummihandschuhe um unsere hände zu schützen damit sind wir dann bestens vorbereitet und können dann anfangen mit der lackierung des flugzeuges die farben richtig schütteln ist jedes mal das a und o egal bei welcher farbe ich habe vorher die flaschen fünf minuten auf meinem shaker kräftig durch geschüttelt und gebe jetzt die benötigte menge der farbe in das plastikglas rein ungefähr 20 prozent verdünnung kommen dann mit rein und dann wird noch einmal mit dem pinsel kräftig und ordentlich gerührt und gemischt die konsistenz sollte nicht zu dick und nicht zu dünn sein daher prüfen wir am rand des bechers wieder in die farbe runter läuft hier ist sie noch ein bisschen zu dick also kommt noch ein bisschen verdünnung dazu ungefähr so wie die konsistenz von milch das müsst ihr aber dann selber herausfinden wie es dann für eure düsengröße am besten geeignet ist ich verwende hierzu eine 0,2 mm düse bei 1,8 bar luftdruck farbfluss und luftmenge werden auf einem küchenkrepp getestet und dann geht es auch endlich los mit der lackierung ich habe mich diesmal entschieden als test ohne grundierung zu arbeiten also wird erst mal nur ganz zart die farbe auf die unterseite gemacht damit wir erst mal eine passende schicht zum starten haben später wird dann großflächig lackiert da ich diesmal ohne grundierung arbeite habe ich oben auch noch mal die grundfarbe aufgesprüht damit ich dann einen super aufbau für die nächsten farben habe ich habe gesehen dass während der lackierung ein paar haare noch und ein paar fussel mit bei sind die kann man dann von der frischen farbe noch wegnehmen ohne dass irgendetwas passiert nun geht es unten weiter wo ich dann vollflächig dann die erste schicht farbe auftragen natürlich ist bei dieser farbe ein bisschen kompliziert da die farbe fast dieselbe farbe hat wie das plastik also müssen wir mit dem licht spielen damit wir auch genau sehen wofür farbe aufgetragen haben oder nicht zwischendurch ab und zu mal trocknen lassen damit wir sehen können wo eventuelle schattierungen noch auftreten das bedarf ein bisschen übung ist aber sehr schnell zu erlernen wichtig ist dass wir gleichmäßig arbeiten und nicht den farbfluss irgendwie auf der tragfläche lassen oder irgendwie auf einer stelle stehen bleiben denn sonst ist zu viel farbe auf dem plastik im hintergrund seht ihr übrigens meine absaug anlage das ist aus einem alten pc entstanden da habe ich alles komplett ausgebaut und habe an der rückwand wo eigentlich das mainboard sitzt noch ein paar zusätzliche lüfter an gemacht das ist eine kostengünstige variante und die teile bekommt ihr auf jedem schrottplatz oder bei jedem entsorgungs unternehmen denn das ist natürlich kostenlos wenn man da sein elektrik schrott abgeben möchte oder vielleicht gegen eine tüte kaffee sollte noch farbe übrig bleiben kann sie ganz einfach in die flasche zurück hier entfernen wir oben die spitze und können dann ganz einfach die verdünnte farbe wieder in das flaschen zurückgießen da 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 Nun arbeiten wir mit der zweiten Farbe. Wir haben dafür grobflächig erstmal abgeklebt und unten, wo diese kleinen Wülste sind, haben wir ein bisschen genauer abgeklebt, da wo keine Farbe hinkommen soll. Denn die Farbe vorne wird eine andere Farbe sein als hinten. Verwendet wurde dazu ein mittleres Grau, was wir dann der Farbanleitung entnehmen können. Los geht es mit der zweiten Farbe. Da wir hier natürlich weniger Farbe brauchen als für die gesamte Unterseite, machen wir nur ein paar Tropfen Verdünnung, ein paar Tropfen Farbe in die Airbrush Pistole rein und mischen das Ganze dann mit einem Pinsel, damit wir nicht so viel Verlust der Farbe haben. Eine weitere Möglichkeit, die Farbe mit der Verdünnung zu mischen, ist die Blubbertechnik. Dazu halten wir vorne die Düse zu und drücken auf Farbe und Luftgebung und durch den Rückstau entsteht dann ein kleines Blubberbad und somit werden dann auch die Farben super gemischt. Jetzt können wir prüfen, ob das Ergebnis zufriedenstellend ist. Ich habe natürlich Patafix für vorne genommen, weil durch diese Art Wulst die Farbe nicht ganz so scharfkantig später am Flugzeug ist und wir einen schönen weichen Übergang haben. Das Ganze prüfen wir jetzt einfach mal nach. Das Ergebnis ist zufriedenstellend. Man sieht, wie die Farbe gut verlaufen ist und wir haben keine scharfe Kante. Somit können wir jetzt den Rest von der Maskierung abmachen und den nächsten Schritt vorbereiten. Hier sehen wir jetzt das Ergebnis mit der abgenommenen Maskierung. Die scharfe Kante fällt natürlich viel stärker auf als natürlich die weiche Kante. Das ist aber so gewollt. Auch wichtig ist, dass durch die Maskierung unten keine dunklere Farbe draufgekommen ist, denn da wollen wir nur die helle Farbe haben. Jetzt wird abgeklebt, damit ich den oberen Bereich lackieren kann. Ich habe einige kleine Stellen auch noch maskiert und habe dazu Originalbilder der F16 aus dem Internet zurate gezogen. Kommen wir nun zur Maskierung des vorderen Bereiches. Da wir genau diese Kante haben wollen, brauchen wir einen Übergang zwischen dunkel und hell. Wir möchten allerdings keinen scharfen Rand haben, so wie es jetzt dargestellt ist, sondern einen weichen. Dazu nehme ich wieder das Uhu Paterfix, was ihr aus meinen anderen Videos kennt. Es werden gleichmäßig große Würste gerollt, damit wir dann später einen weichen Übergang haben, denn die Farbe kommt nur ganz wenig unter diese Wurst und macht dementsprechend einen weichen Übergang. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nachdem der Vorderbereich mit Klebeband geschützt ist, kann es dann auch weitergehen mit der dunklen Farbe. Ich hatte zuerst auch Bedenken, dass die Farbe viel zu dunkel ist. Aber diese Bedenken haben sich in Luft aufgelöst, nachdem ich mir ein paar Originalbilder der ersten Muster der F-16 angeschaut habe und dabei festgestellt habe, dass das Grau hinten wirklich sehr dunkel ist. Also ist das Gunship Grey die beste Variante. Hier brauchen wir wieder ein bisschen mehr Farbe, also werden wir wieder unser Plastikgefäß nehmen und dann dort unsere Farbe drin mischen und auch dementsprechend verdünnen. Wichtig ist, dass wir auch hier zuerst großflächig eine dünne Schicht Farbe auftragen, damit wir eine passende und starke Trägerschicht haben für die anschließende Lackierung. Wenn wir jetzt einfach so die Flächen großflächig dann deckend lackieren, kann es sein, dass die Farbe zu nass ist und eventuell unschöne Läufer bekommt, weil die Farbe einfach zu dick drauf ist. Ich warte dann immer zuerst ab, bis die Farbe ein bisschen angetrocknet ist, indem ich den Farbfluss minimiere und einfach nur mit der Luft die Farbe später trockne. Und so habe ich ein super Ergebnis und kann die Flächen immer schön einzeln nacheinander lackieren. Im Licht können wir die Farbe ausbauen. auch dann überprüfen ob dann alle farben wunderbar gedeckt haben oder ob irgendwelche schattierungen noch sind schattierungen sind bis zu einem gewissen maß auch in ordnung weil natürlich das alter des flugzeuges ein paar schattierungen hervorheben kann im original sieht man das sehr oft aber ich denke mal das ergebnis sieht sehr gut aus die farbe ist soweit schon getrocknet dass man die maskierung schon entfernen kann an einigen stelle wo das klebeband nicht so einfach ab geht muss man dann sehr vorsichtig mit einer spitzen pinzette das klebeband abziehen wer das noch nicht sich zutraut der kann allerdings auch einen zahnstocher nehmen denn dadurch wird die farbe auch nicht beschädigt solltet ihr nur mit flüssiger maske arbeiten seht ihr hier das resultat was dann dabei herauskommen kann die maskiermasse ist unter der farbe weggezogen worden und übrig bleiben diese hässlichen kleinen fetzen das haben wir verhindert indem wir die kanten auf die es ganz wichtig ankam vorher mit klebeband maskiert haben seid bitte vorsichtig beim abziehen des klebebandes was passiert euch das wie es mir hier passiert ist das ein bisschen farbe am klebeband hängen bleibt dann geht's das dann geht's dann geht's Nun fangen wir an, die Klarsichtteile von der Maskierung zu befreien. Wir fangen hier auch wieder an mit dem Klebeband, indem wir dann eine Ecke vorsichtig lösen und dann mit einer Pinzette vorsichtig abziehen. Ihr seht hier ganz gut, wie der Effekt ist mit der flüssigen Maske. So sieht es dann auch aus, wenn ihr zum Beispiel nur mit der flüssigen Maske arbeiten würdet. Die Farbe würde einfach in irgendwelchen Flakes an eurem Flugzeug haften bleiben. Daher ist es gang und gäbe, dass zuerst die Kanten mit Klebeband abgedeckt werden und die anderen Bereiche entweder auch mit Klebeband oder dann mit dieser flüssigen Maske maskiert werden. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Man kann doch wunderbar in das Cockpit reinschauen. Die Kanzel wird dann nachträglich nochmal poliert. Aber für mein erstes Flugzeug nach 25 Jahren Abstinenz und sonst nur Panzerbau, denke ich, ist mir die Lackierung sehr gut geglückt. Hier seht ihr jetzt das fertige Resultat. Das ist das fertige Resultat. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020